Oh, scheiße, das ist ein großes Gebiet. Das muss ich auf jeden Fall upgraden hier. Ähm, okay, da war nix. Das ist schon leer? Shit. Okay, sonst sehe ich hier aber auch nix. Keine Ecken, keine Kanten, gar nix. Ach, da! Oh, schön. Stopp. Ja. Oh, süß und klein. Mal sehen, ob das sich lohnt. 83. Oh! Alle wieder hier drüben verkaufen. Oh, leer gezapft. Genial. Ja, wenn das so weitergeht, dann kann ich ja gleich schon wieder... Erstmal ein paar Moles einstellen hier. Mal gucken. Hm, Stein. Nichts. Noch mehr Stein. Noch mehr nichts. Noch mehr nichts. Aber da ist gar nix. Da ist gar nix. Ja, gut. Ne? Alter, der Preis. Der ist so unschlagbar gut gerade. Dann klicken wir wieder auf den Fast-Forward-Button. Ja, ne. Ne, gibt keine Quellen mehr. Oh, connecten wir die beiden mal miteinander. Weil dann wird das hier gleich auch, glaube ich, mehr ausgelastet sein. Vor allem, wenn ich jetzt hier noch die Upgrades durchführe. Damit wir diese Quelle wesentlich schneller leer gezapft kriegen. So. Ach, du heilig. Jetzt verkauf ich immer zu Schrott. Jetzt, äh, das war jetzt doof. Egal. Oh, wieder auf den Fast-Forward-Button. Ach, komm, Schaden. So groß kann diese Quelle doch gar nicht mehr sein. Da, ja. Jetzt fangen wir richtig an, das Ding leer zu pumpen. Und, leer. Noch den letzten Rest da rausziehen, bis es richtig schön trocken ist. Und jetzt den ganzen Wagen zur Ruhe kommen lassen. Perfekt. So, stoppen. 500 Kreml ist zurück. Stopplevel. Haben wir alles, haben wir alles. Ja, nicht mal zu Diamanten. Jawohl, 30.000. Yeah. Gut. So. Hohle ich, was hole ich mir davon? Ich bin mir echt nicht sicher mit diesen, äh, Stocks 3% da. Speed 2. Die können noch schneller, ey. Dann fliegen die doch fast von A nach B. Wow. Brauche auf jeden Fall 2.000 für, ähm, für das Losfahren. Also kann ich mir nicht zu 30.000. Den Scanner zum Beispiel kann ich mir nicht holen. Aber Speed 2, das juckt mich ja schon. Das haben wir vorne. Size 3, das brauchen wir eigentlich nie. Timer brauchen wir nicht so unbedingt. Ich denke, noch eine, eine dritte Abzweig. Hätten wir ihn heute gebraucht? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ne, ich glaube, heute hätten wir den nicht gebraucht. Ähm, ja komm, hole ich mir erstmal nur Speed 2. Dann hole ich mir jetzt, ach, das Land haben wir auch noch nicht geholt. Ach du Heilige. Oh, da vorne, da fängt es wieder an gut zu werden. Dann gehen wir nochmal darüber jetzt. Äh, zu diesen lustigen Hügeln. Ja, perfekt, sind wir uns einig. Gut. Und jetzt müssen wir wieder an die Stock Auction. Das ist neu, das kenne ich gar nicht. Und ich bin wie immer der, der am wenigsten Geld hat. Das ist so klar. 16.000. Na ja, komm, jetzt. Ja. Jetzt soll ich 6% oder so. Jetzt immer noch nicht. 4%. Das war nur 1%. Seriously? Seriously? Ich habe gerade nur 1% gekauft? Scheiße. Ich verkack dieses Spiel so sehr. Ich bin vermutlich der mit den meisten Upgrades, mit den besten Materialien, um mir was zu machen. Und ich verkacke es, weil ich diese Stocks irgendwie nicht vernünftig eingekauft kriege. So. Noch einer? Ja, da in der Mitte. Wunderbar. Nervt mich nicht. Da ist eine Quelle, die sehe ich von hier. So, und ich brauche ein Wägelchen. Das will ich jetzt schon mal. Ah, nein! Ich bin dran vorbei! Nee, nee, nee. Machen wir mit dem da. So. Gut. Dann fangen wir an zu pumpen. Haha. So, und dann zapfen wir auch direkt den hier an. Ist klar. Da ist eine Quelle. Brauchst du nicht weiter da buddeln. Diese Maulwürfe, die... Die sind auch blöd. Na, kein Geld. Jetzt komm schon. Fahr ein bisschen schneller. Ja. Da, Treffer. Versenkt. Gut. Ja, und jetzt brauche ich erst mal wieder 150, damit ich mir noch einen Wagen holen kann. Weil ansonsten sieht es hier gleich recht schlecht aus. Ja, geht doch. Gut. Und verkaufen direkt. Ja, ja. Und noch ein, weil... Das war gerade nicht... Oh Gott. Da hinten jetzt alle, Mann. Oh Gott. Das könnte jetzt aber auch schon wieder an die Hose gehen. Ich glaube, ich hole mir direkt noch einen Wagen deswegen. Gut. Jetzt könnte ich gleich auch eventuell schon bei meinen 750 ankommen. Ich hoffe es jedenfalls. Oh. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So. Äh. Shit. Aber ich... Bevor ich irgendwas anderes mache, möchte ich erst mal eine 750 haben. Bin schon im März. Scheiße. Scheiße. Gut. Los geht's. Ähm. Jetzt machen wir hier mal... Genial. So. Ist auch eine große Quelle. Und komm, komm, komm. Ich brauche nur 135. Also... Jetzt, ja. Gut. Dahin. Weil da sehe ich einmal eine riesige Quelle. Da werde ich jetzt direkt an einem durch reinziehen. Aber ich mache es in zwei Abschnitten. Ich glaube, das ist intelligenter. Falls ich mal ein Ten-Up-Zeug machen muss. Oder wenn es ums Erweitern geht. Oder so. Ich glaube, das ist intelligenter. Du hast auch irgendwas. Ich höre das tickern. Kaufen wir uns mal Wagen-Speed. Oh, direkt dran vorbeigebuddelt. Nein, nicht mit dem, sondern mit dem. Genau. Wie hier auch schon direkt an der Quelle dran vorbeigebuddelt. Ah, heute habe ich solche Buddelskills. Das ist so unglaublich schlecht. Nochmal zwei Wagen. Weiß ja nie genau. Jut. So. Und dann holen wir uns nochmal hier so ein paar Doser. Äh, nicht Doser. Moles. Aber wobei, jetzt holen wir noch einen Doser lieber. Dann haben wir in der Mitte ein bisschen was. Ja. Ich möchte ja gerne noch mehr finden. Das hier soll ja ein non-top-Gebiet sein. Oder ein besseres jedenfalls wie vorher. Also sollte ich da auch noch mehr finden. Oh, ja, 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 ja. Direkt da. Wunderbar. Ich habe hier noch eine Pipeline frei. Ziehen wir es runter. Mal gucken, was wir so finden. Ja, direkt dran vorbeigebohrt. Wie immer. Wie immer gerade. Treffer versenkt. Jetzt brauche ich hier Upgrades. Oh, und ich verkaufe schon wieder zu einem schrottigsten Schrottpreis ever. Gut. Saugt mir das ganze Öl hier raus. Ah, ich bin ölsüchtig. Hahaha. Gut. Ich habe hier nochmal einen Moles hingesetzt. Und nochmal zwei Doser. Ja. Gut. Der Ölpreis, der ist gerade ganz in Ordnung, finde ich. Und die eine Quelle hier ist schon, oh, ha, die Quelle geht hier auch gerade leer. Dann kann ich noch mit der darüber bohren. Und hierfür brauche ich, glaube ich, eine neue. Oder lohnt sich das? Ah, ich denke schon. Ich weiß gerade nicht, wo es ist genau. Ich meine, damit ihr das genauer weiß, setze ich hier erstmal noch einen Maul ein. Der soll mir hier unten das Ganze mal abgraben. In der Zwischenzeit baue ich hier vorne ein Moped. Und jetzt warte ich darauf, dass der Maul mir irgendwas präsentiert. Aber da fahre ich hier gerade runter. Sollte es herbringen. Du hast nichts für mich, du hast nichts für mich. Ah, wollte mich verarschen. Noch weiter gerade runter. Hier muss ich vermutlich jetzt durch den Stein durch. Hol mir direkt mal das Upgrade. Ja. Oh, das war just in time. Ha. Ja, Treffer versenkt. Das sieht nach einer ganz kleinen Quelle aus. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Waren wir mal hier rüber. Ich denke, das Feld wird ganz tief liegen. Was könnte ich mir... Ah, nee. Muss ich mir auch wollen. Ja, gut. Gut. Mittendurch. Perfekt. Und jetzt ziehen wir es mal gerade runter. Und wenn da nichts ist, dann ziehen wir es hoch. Aber ich denke, es wird tief liegen. Oder ich hoffe es zumindest. Sagen wir es so. Ich hoffe es. Nö. Nochmal tiefer. Nö. Ich glaube, da bin ich sogar unten angekommen. Dann ziehen wir es hoch. Oh, nicht so weit. Ja. Lohnt sich ein Upgrade. Hier lohnt sich ein Upgrade. Upgraden wir das Ganze mal. Lass dich doch nie im Leben hier oben liegen. Nie im Leben. Ja. Jetzt hätte ich es mir fast gedacht. Na toll. Jetzt habe ich hier natürlich kein Abzeug mehr frei. Wo könnte es denn sein? Auf dieser Linie. Könnte es natürlich da sein. Oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Jetzt ziehen wir es mal nach oben. Ich gebe hier gerade so viel Geld aus. Vermutlich ist das so eine pisselkleine Quelle. Ah, nein. Ich fahre hier unten dran. Ah. Ich dachte, ich wäre unten angekommen. Jetzt habe ich hier das ganze Gebiet durchsiebt. Gut. Scheiße. Ja. Gut. Machen wir ein kurzes Upgrade hier. Sonst flieb ich aus. So. Dann können jetzt wenigstens die ganzen Leitungen ja auf Volldampf arbeiten. Oder einigermaßen auf Volldampf. Es ist vermutlich ein winzig kleines Ölfeld. Gar nicht der Rede wert. Ja. Holen wir nochmal hier einen Maul. Oder zwei. Mal drei. Ja. Und ach komm. Die Dose haben mir gerade wieder ein paar Felder gezeigt. Die vermutlich nichts wert sind. Aber egal. Gucken wir mal, ob die noch was finden können. Tja. Ich gucke die ganze Zeit eigentlich gar nicht auf meinen Preis. Aber der war eigentlich die ganze Zeit höher als Left Inc. Und fällt trotzdem viel schneller. Also ich glaube, ich muss jetzt zu Left Inc. wechseln. Tatsächlich. Ja, muss ich. Der ist gleich jetzt. Jetzt ist er aber drunter. Genau. Nein. Jetzt ist er gleich hoch. Jetzt ist er drunter. Und jetzt Strike Left Inc. Perfekt. Was für ein geniales Teil hier. Okay. Okay. Die Quelle geht jetzt gerade leer. Habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Gut. Gut. Jetzt habe ich noch zwei Quellen, die effektiv arbeiten. Klicken wir mal auf den Fast Forward Button. Mal gucken, wann die leer gehen. Wenn die überhaupt leer gehen. Leute, wir haben schon September. Im November möchte ich das Quartal A. Der ist hier eine leer. Leute. Willst du mich verarschen? Komische Ölquelle. Der Preis ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Aber. Diese Ölquelle. Gott. Wie groß bist du? Ah. Jetzt ist er leer. Endlich. 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 So. Sind alle Wagen? Ja. Perfekt. Jetzt kann ich. 166. Habe ich alles. Jawoll. 24.000. Ähm. Ja. Gut. Hole ich mir irgendwas? Nein. Ich hole mir nix. Ich klicke auf Town Hall. Land Auction. Hole mir erstmal ein bisschen Land. Ja. Komm. Wo hole ich mir denn Land? Komm hier. Der letzte mit dem Hügel da. Ach. Das war auch gut gewesen. Egal. Gut. Und jetzt müssen wir wieder in die Stock Auction gehen. Um wie viel geht es in diesem Mal? Ich möchte vorher wissen, um wie viel. Ein Prozent. Okay. Ein verkackter Prozent. Ich habe 30.000. Ein Prozent. Das Ding da sich totlaufen, glaube ich. Also, wenn es hier oben bei der 1.000 angekommen ist. Dann vielleicht. Das ist viel zu viel. Ah. Wer hat es geholt? Wer hat es sich geholt? Äh. Ja, genau. Die Message stimmt. I'll buy some next time. Ich habe aber schon vier verkackte Prozent. Du hast jetzt ein Prozent. Ich habe vier. Nimm das, Ricardo. Mensch. Okay. Los geht's. So. Wieder hier drei Doser. Und drei Maulwürfe. Ein Pferdchen brauche ich immer. Das schicke ich schon mal auf den Verkaufskurs. Ich habe noch gar nichts, wo ich Öl herkriege. Ah. Aber ich habe schon mal einen Wagen. Das ist super. Ja. Wunderbar. Habe ich fast perfekt gebaut sogar. Gut. Ah. Leute. Nervt mich nicht. Ich denke, dieses mit den Stocks kaufen, das ist ein Update. Das gucke ich mal ganz kurz. Ah. Nein. Wenn ich jetzt hier rausklicke, dann schmiert mir wieder das Spiel ab. Das ist nämlich mit dem Tab wechseln nicht ganz so stabil, wie man sich das eigentlich von Spielen wünscht. Ich glaube, ich muss jetzt zu Right Egg wechseln. Ja. Ich muss die Right Egg wechseln. Ich denke, das ist ein Update. Kann ich das mal irgendwann nachgucken? Ja. Hier. Ich kann das mal nachgucken. Wofür gibt es denn Handys? So. Gleichzeitig würde ich hier mal rüberziehen. Handys. Handy. Steam. Perfekt. Da ist eine große Quelle. Die ist schön. Aber ich glaube, das zeigt mir der Knabe hier oben auch an. Ähm. Shop. Durchsuchen. Durchsuchen. Da ist durchsuchen. Und weiter runterziehen hier. Ah. Nicht jetzt schon. Hätte doch gar kein Geld dafür. Oh. So. Vielleicht mal auf Verkaufen. Klicken, damit der zweite Wagen auch darüber fährt. Ähm. Termoil. Termoil. Oh. Nicht turn. Term. Termoil. Ja. Habe ich jetzt genug Geld? Nein. Ich habe immer noch nicht. Ah. Aber hier. Jetzt muss ich auf 63% gehen. Äh. 63. 63 Cent muss ich jetzt gehen. Weil 60, das lohnt sich ja mal gar nicht. Aber jetzt was. Ich setze mir hier einen hin. Und grabe schon mal das Teil an. Damit ich wenigstens ein bisschen mehr Inkommen habe. So. Was ist jetzt hier? Early Access. Ja, ja. Blablabla. Ah. 19.2. Gab es ein Update. Äh. The Pipeline Series is the way letting you know that we're working on when. Äh. Okay. Das. Ähm. Okay. Das läuft ja alles noch. Aber ich brauche noch einen Wagen. Ähm. Ich muss mal auf. Ah. Das ist viel Inhalt. Äh. Okay. Okay. Bugs. Also die haben viel geupdatet. Wann kam das Update raus? 12. Februar. Ähm. Gut. Seitdem wird das eigentlich schon mal gespielt. Oh. Jetzt muss ich hier verkaufen. Scheiße. Wo habe ich gerade verkauft. Ich muss mich wirklich tatsächlich mal auf dieses Spiel komplett konzentrieren. Ähm. Nicht nur so ein bisschen. So. Jetzt kann ich hier auch endlich das holen. Jetzt kann ich auch durch. Gut. Jetzt upgraden wir das noch. Naja. Aber es gab tatsächlich ein Update am 12. Ähm. Ja. Ach. Jetzt habe ich hier wieder. Ich kann das schon mal anzapfen. Na egal. Ähm. Ja. Seitdem gibt es glaube ich auch diese Stock Einkäufe. Recht interessant. Damit wird ja quasi festgemacht. Wer am Ende des Spiels das Spiel gewinnt. Super. Äh. Fui. Da hast du was gefunden. Du hast auch was gefunden. So. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir das hier ganz schnell durchkriegen. Diese Runde. Dass wir die gerockt kriegen. So wie immer. Boah. Ey Leute. Macht mir nicht fertig. Kriegt ihr jetzt sofort euer Wagen-Update. Wenn jetzt einer verkaufen fährt hier, dann gibt es euer Wagen-Update. Ja. Da. Seid glücklich. Und vermehret euch. Gut. Jetzt ziehen wir dich hier runter. Und du hast auch noch was für mich hier. It申itsch. Dann läpst schön. Okay. Vielen Dank.